Die Vision hinter dem 1-Euro-Modell ist eine Win-Win-Situation für die gesamte Stadt Innsbruck. Das 1-Euro-Modell ist vor allem eine Marketinginitiative. Es wird uns damit gelingen, dass Innsbruck als die Einkaufsstadt positioniert wird und unsere Serviceleistungen und Serviceimpulse auch verstärkt nach außen verkauft werden können. Das ist ja bis jetzt ein Manko. Es gibt viele Serviceimpulse, aber es fehlt letztendlich auch das Geld, um dies auch werblich an die Leute zu bringen. Neben der Marketinginitiative ist vor allem die Verbesserung der Erreichbarkeit ein zentrales Thema des 1-Euro-Modells. Die Finanzierung des Modells und der gemeinsamen Werbeaktivität erfolgt nach dem gleichen Modell wie in Einkaufszentren. Wer solidarisch am 1-Euro-Modell einen Beitrag leistet, wird dann auch an den Maßnahmen, die umgesetzt wird, profitieren können.